Was ist das Spiel in Malta? Spiel in Malta, anstatt in einem Ort als üblicherweise, ist lustig. Es ist ein Ort, an dem wir noch nie waren und wahrscheinlich nicht ohne E-Sport waren. Es ist lustig, in einem Ort, an dem wir noch nie waren. Ich denke, es ist auch lustig, weil es ein bisschen relaxer ist, zwischen den stressvollen Tournamenten in den Städten. Es ist mehr calm, man kann andere Sachen machen, man kann ein bisschen das Wetter, ein bisschen das Ozean und ich denke, es ist gut, dass es solche Sachen ein paar Mal im Jahr gibt. Unsere Präparation als Team war wie immer, dass wir so viel machen können, dass wir unsere Strategien wiederholfen und lernen, was wir falsch gemacht haben. Ich habe viele neue Strategien für dieses Tournament und auch für das nächste. Wir hatten also eine Woche, wo wir gesagt haben, okay, wir geben eine Woche alles, was wir haben. Nachdem haben wir zwei Wochen Tournament und dann haben wir die Pause. Also, wir geben uns alles, was wir haben, für die letzten zwei Wochen. Ich denke, es ging sehr gut. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ich wünschte, dass wir besser vorbereitet hätten, aber ich denke, dass der Zeit nicht genug war, um 100 Prozent vorbereitet zu sein. Aber ich denke, dass die anderen Teams nicht so vorbereitet werden, weil sie auch verschiedene Tournamenten haben. Wir kommen in sehr confidently. Ich denke, wir sind die Favoriten in unserer Gruppe. Ich denke, wir sind die größte Team in unserer Gruppe. Wir wissen nicht, wie gut die Hellrazers sind. Sie haben eine Raster-Change. Gambit hat eine Raster-Change. Und wie wir wissen, Taillou ist in der Moment, sie sind nicht so gut, wie sie waren. Wir sehen uns als Favoriten. Ich denke, wir sind die Favoriten in dieser Gruppe. Aber ich denke, wir kommen in dieser Gruppe zuerst. Aber ich denke, wir kommen in dieser Gruppe zuerst. Aber ich denke, wir kommen in dieser Gruppe zuerst. Und ich hoffe, dass wir in der ersten oder vielleicht in der zweiten. Aber die Play-Offs ist sicher das Ziel. Ich denke, auf der anderen Gruppe, auf der Gruppe A, Energie und Liquid sind die Favoriten. Die beiden Teams sind einfach besser als die anderen zwei. Ich denke, es wäre ein Aufsett. Aber es kann sein. Virtus.pro vielleicht kann man einen Aufsett machen oder so. Aber ich denke, Energie und Liquid sind die zwei stärkste Teams. Wir haben nicht ein spezielles Ziel für dieses Event. Ich denke, wir müssen sicher die Play-Offs gehen, um uns selbst zufrieden zu sein. Aber wir haben nicht gesagt, wir wollen dieses Tournament gewinnen. Denn nach diesem Tournament, wir haben die Pro League. Es ist mehr in unserem Fokus. Dieses Event ist wirklich... Wir werden sehen, wo wir jetzt stehen. Ich denke, wir haben nicht in den letzten Tournements gespielt. Und ich hoffe, dass wir das ändern können. Wir beginnen mit diesem Tournament sehr gut. Und dann hoffentlich auch die Pro League Finals.